Welche Kunden kommen zu Ihnen jetzt anstand? Wie kann man sich das vorstellen? Das kann man beschreiben als die reinen Hersteller auf Rolling Stock. Da gibt es halt die namhaften in Europa. Wir haben halt Kunden in dem Bereich von Stadler über Bombardier, die unsere Software einsetzen, bis hin auch zu kleineren Straßenbahnherstellern. Seit sieben Jahren haben wir zum Beispiel die Firma Solaris, die vorwiegend Busse baut, aber auch neue Straßenbahnen baut. Seit 2009 haben wir als Kunden die Firma Škoda. Das sind dann halt die reinen Hersteller von Fahrzeugen, aber auch die Betreiber. Also man merkt gerade, was das Thema Digitalisierung anbelangt auf der Betreiberseite, dass da auch ein entsprechender Handlungsbedarf ist. Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel ein Innovationsprojekt für das Thema Ecotrain. Da geht es um den Umbau eines Fahrzeuges von Dieseltechnologie auf Hybridtechnologie. Da wird zum Beispiel unsere Software auch für eingesetzt. Es geht immer darum, dass wir vermeiden mit unserer Software oder beziehungsweise die Kunden durch die Nutzung unserer Software vermeiden, die späte Änderungen am Projekt vornehmen zu müssen. Weil die Daten in dem Datenmodell immer konsistent sind und wir bieten halt die Möglichkeit, dass mehrere Menschen gleichzeitig parallel am gleichen Projekt arbeiten können. Das ist ein enormer Vorteil für die Menschen im Engineering, aber auch für die Menschen in der Fertigung, nämlich indem sie richtige und korrekte Daten haben.